Guten Tag, mein Name ist Kogito, ich bin bei Dislike und stelle mich dem gesammelten Hass des Internet-Rambo-Volkes. Komm ran. Pokésohn. Ach, geht nicht für ungut. Aber geht doch besser lieber zurück in den Edeka Schweinefleisch-Mortadella an der Fleischtheke verkaufen. Das kannst du wenigstens und isst weniger Haram als deine Musik. Pokésohn, ich esse gar kein Fleisch, deshalb wäre es für mich voll eklig, Schweinefleisch-Mortadella zu verkaufen. Und dafür braucht man auch eine Ausbildung als Einzelhändler. Das habe ich alles nicht. Ich habe nichts außer das hier. Unknown User. Wackness-Rapper, aber die Kachpas im Niemals-Arm-Video sind nice. Dankeschön, Unknown User, ich gebe das weiter. Du hast recht. Dollar, Robin Weissmüller, Dollar. Schon mal richtig Hip-Hop. Sorry, Leute, fand Kogito eigentlich echt ganz stabil. Bis ich herausgefunden habe, dass er ein linker Fascho-Rapper ist. Sorry, Leute, geht gar nicht. Pegida for the world. Ach, fuck you, Alter. Also, Robin, es tut mir total leid, was soll ich denn dazu sagen? Also, Robin, links und Fascho passt halt nicht so richtig zusammen. Eins von beiden bin ich, das andere nicht. Das liegt jetzt an dir, das zu entscheiden. Und Pegida for the world, ich schätze, manchmal habe ich schlechte Tage und stehe auf. Und vermute, du hast sogar recht, dass sowas passiert. Aber solange ich hier bin, schreibe ich noch ein bisschen dagegen an. Und genau wegen Leuten wie dir. Ein guter, ein guter Name, ein guter Name. I used to be a crack addict. Kobito sieht aus wie Meckelmoor nach der Einweisung in die Betty Ford Klinik. Ziemlich geil. Ist ja auch ein Kompliment enthalten. Insofern, du hast gewonnen. Alibaba-Esel-Ficker. What? Linke Dreckscheiße. Pfui Samurai. Musik von Winselschwuchteln für Winselschwuchteln. Ja, ich wette, es gibt irgendwo auch grölende, grölende Patrioten-Mucke für grölende Patrioten. Und ich schätze mal, vielleicht gibst du da einfach mal was ein bei YouTube. Die Suchbegriffe, die dich dahin bringen, wo du dich wohlfühlst, wirst du kennen. Laut deinem Namen stellst du die auch schon selber so ein bisschen ins Abseits. Aber, danke schön. Pfui Samurai nehme ich auf jeden Fall mit. Finde ich geil. Anelka YT. Steht YT für YouTube. Kubito ist nicht schlecht. Dafür, dass er so lange auf der Straße in Frankfurt gelebt hat, hat er Respekt verdient. Habe ich? Schon wieder was vergessen? Meine Freunde sagen immer, ich kann mir nichts merken außer Songtext. Also insofern, vielleicht hast du recht, aber... Dankeschön. Schon wieder Alibaba-Esel-Ficker. Also, was für eine linksversiffte Dreckscheiße. Deutschland dem Deutschen. Ich hoffe nicht. Was soll man dazu sagen? Du bist engagiert. Du meldest, du kommentierst, du pusht uns, du supportet uns. Ist dir das klar, Alibaba? Hoffentlich sterben Leute wie du bald aus. Evolution. Ein Kumpel aus meiner Klasse hat gesagt, dass Kubito ein Gay sei und schon mal was mit einem Schwulen hatte. Ha ha ha. Ist das true? Ich weiß nicht genau. Wenn, dann müssten wir darüber persönlich reden, aber ich frage mich schon seit einer Weile, woher eigentlich dieser Gossip kommt. Aber Gossip heißt ja auch immer, dass man irgendwie zumindest eine gewisse Relevanz hat. Insofern, keep on talking. Macht mal weiter. Denkt, was ihr wollt. I don't care. Uli Dackelbander. Soeben nach Niemalsarm gebrochen. Aber lass dir eins sagen, Kubito. Lass dir eins sagen. Es war nicht wegen deines Gesichts, sondern vielmehr aufgrund deiner Rhymes. Immerhin. Grüße. Finde ich auch. Tut mir leid, dass du wegen meinen Rhymes brechen musst, aber wenn zumindest das Gesicht in Ordnung geht, eins von beiden stimmt bei den meisten Rappern sowieso nie. Dennis schreibt. Kubito. Deine Mischung aus Gesamtklangkulisse, Text und Stimme ist einfach einzigartig schön. Mach weiter so. Dennis, vielen Dank. Die Leute von Dislike geben einem am Ende ja immer noch einen netten Kommentar, damit man nicht so verheult hier rausgeht. Tut gut zu hören. Vielen Dank, Dennis. Ich freue mich und ich mache weiter so. Mein Name ist Kubito. Ich war bei Dislike und habe mich einen Kommentar gestellt. Harter Tobak dabei, aber auch viel Lustiges. Danke für die Einladung und immer schön offene Ohren behalten für alles. Und diese Schubladen, nehmt sie raus und schmeißt sie weg. Niemand braucht sie. Hört zu. Für mehr Videos klickt ihr hier. Fürs Abonnieren klickt ihr hier. Und für nochmal gucken klickt ihr hier. Klickt es.